Untertitelung des ZDF, 2020 Es handelt sich um einen sehr alten Zauber, um einen sehr starken. Er lebt das Märchen einer jungen Frau, die von einem geheimnisvollen Fluch verwandelt wird. Oh Gott, will ich das wirklich? Ein verzaubertes, wandelndes Schloss. Das hier ist ein magisches Haus. Und den einzigen Zauberer, der mächtig genug ist, sie zu befreien. Ein Talisman, damit du sicher wieder nach Hause kommst. Eine Studio-Ghibli-Produktion. Das wandelnde Schloss von Hayao Miyazaki. Festhalten! Reist in aufregende neue Welten. Wartet auf mich in der Zukunft! An Bord von Hauros wandelndem Schloss. Schuss! Also, bei Chiちゃock.